Nach dem erneuten Brand in der Recyclinganlage Glitzner in Schneidenbach kommt das Standartkonzept auf den Prüfstand. Das hat das Unternehmen bekannt gegeben. Der Wertstoffhof soll er aber erhalten bleiben. Anfang Juli kommt die Gesellschafterversammlung zusammen und bei diesem Treffen soll der Entwurf für das künftige Konzept besprochen werden. Derzeit ist der Wertstoffhof geschlossen, er soll am Dienstag nach Pfingsten aber wieder geöffnet werden. Der Entsorgungsbetrieb Glitzner ist nicht der einzige in Deutschland, der Probleme mit brennendem Müll hat. Die Gründe sind vielfältig. Glasabfälle können bei Sonnenschein zu wahren Brenngläsern werden. Und zunehmend werden auch unsachgemäß entsorgte Lithium-Batterien zu einem Problem. Diese können sich selbst entzünden, wenn sie beschädigt werden und gehören daher gesondert entsorgt. Das Feuer könnte also viele Ursachen gehabt haben. Wie es zu dem erneuten Brand bei Glitzner gekommen ist, steht bislang noch nicht abschließend fest. Das Feuer könnte auch nicht abschließend sein. Das Feuer könnte auch nicht abschließend sein. Das Feuer könnte auch nicht abschließend sein. Vielen Dank.